Diese hier angebotene Einzimmerwohnung ist ab Januar 2014 zur Zwischenniete frei. Die Wohnung befindet sich in Meerbusch. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die Wohnfläche der möblierten Wohnung liegt bei ca. 45 Quadratmetern. Die monatliche Pauschalmiete beträgt 550 Euro. Wir freuen uns die Nähe zu informieren. Untertitelung des ZDF, 2020